Kapitel 1, Übung A21 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Malerei, Türkei Wie heißen Sie? Ich heiße Peter Heinemann. Was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Deutsch. Meine Heimatstadt ist Bern. Ich komme aus der Schweiz. Mein Nachbar heißt Pedro. Er studiert Malerei. Ich komme aus der Türkei. Meine Muttersprache ist Türkisch. Ich nehme aus der Türkei. Ich gehe aus der Türkei.